Oder was ist mit der los jetzt? Margot Baker. Sollten wir ihn doch mal speichern gehen vorher. Oder gleich durchrammeln. Wir speichern lieber noch mal. Immer wichtiger Leute hier. Auf jeden Fall. Die müsse jetzt hier weg sein. Die haben wir ja schon halb geschrottet. Frau Baker. Die Insekten hier ey. Wir werden die gleich mal ausröchern. Dass wir hier freie Fahrt haben. Klar speichern. Alright. Wo gehts eigentlich da unten lang? Das ist ne Art Geheimgang oder? So. Rescue in peace. Insektow. Können die Eisstärche hier lang ey. Auch schon wieder Insekten jungen. Verzieht euch jungen. Hier war irgendwie nix mehr. Hä? Doch Kraut. Ich wusste es doch. Kombination. Wir nehmen eins mal. Bevor wir wieder sterben. Bevor wir wieder sterben. So. E-Film mit frischer Energie. E-Film mit frischer Energie. Was ist hier los? Ist noch ein Haus. Geht's euch hier lang? Ah, hier. Eine Abkürzung. Wir gucken erst mal. Hätten wir das Ding hier langsamer kaufen können. Wir haben 6 Münzen, es geht. Cool. Mal gucken, was das ist. Stabilisieren. Und was kann das jetzt? Wo haben wir es hier? Entspannt die Muskeln und reduziert Stress. Wodos sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Na das ist ja schön, oder? Gleich mal nehmen. Fehlt nur noch das hier, oder? Aber neun Münzen. Etwa die noch mal jeden zusammenkriegen. Weiß er gar ja, hä? Speichern bitte. Hier. Oh yeah. 12 Schusshammer. Ist ein bisschen zu wenig. Da brauchen wir noch. Was war denn das hier? Starke Flüssigkeit. Festbrennstoff könnte man noch gebrauchen. Aber. Verschlossen. Hm. Komische Sache. Was liegt denn hier alles rum, ey? Da drüben war das andere Haus. Schatzfoto. Moment mal. Wart das nicht im Wohnwagen? Ich denke, das war ein Wohnwagen. Drinne. Jawoll, da stimmt sogar. Mac Munition. Aber Leute. Wir brauchen es erstmal nicht. Ablegen das. Schatzfoto weglegen. Was brauchen wir denn noch hier? Die ablegen. Ersthilfe Arznei. Ich warte an Bisch dich, ey. Die brauchen wir nicht weglegen. Defekte Pistole. Die können wir eigentlich hier reparieren, oder? Durch den komischen hier. Der Satz der, was das war. Reparatursatz. Hier ging es hoch, ey. Jups. Noch so ein Gespensterhaus. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Wir brauchen die durch. Spaltmittel. Fest bei Nahrstoff. Auf. Leute, Leute, Leute. Wir müssen gleich nochmal was wegbringen. Das können wir auch kombinieren. Was wäre am sinnvollsten? Arznei, denke ich. Geht nicht. Nur starke Erste Hilfe Arznei geht. Aber wir müssen was wegbringen. Die Alte ist hier hochgegangen. Spaltmittel brauchen wir gar nicht. Von der fließt in die Kiste. Festbrennerstoff. Flüssige Chemikalie brauchen wir. Haben wir die drinnen. Starke. Ah, wir haben noch starke Dings drinnen. Chemikalie. Könnten wir da was kombinieren? Ja, kommen wir. Flammgranaten. Ist ja hart. Wir machen lieber nochmal starke Erste Hilfe Arznei. Sicher, sicher, Leute. Flammgranaten. Festbrennerstoff. Fliegt erstmal rein. Starke. Erste Hilfe. Dann mache ich jetzt vier. Erste Hilfe Arznei. Nice Sache. Falscher Weg. Falscher Weg. Hahaha. Aber Leute. Ich hol mir erstmal was kurz zu trinken hier. Mein Mund ist ziemlich hier. Kann man sagen hier. Trocken hier. Also bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Alright. Müssen wir jetzt runter? Oh Gott. Ich denke mal. Ich denke mal. Das wird der Bosskampf. Von Markville Baker sein. Scheiß Dietrich brauchen wir hier. Ich denke mal. Hier war nichts mehr. Es wird da Insekten hier. Ich höre es doch schon wieder. Ein Tor versperrt den Weg. Ein Tor versperrt den Weg. Pistolen-Muni. 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 Oh, nur noch stark. hier war nichts mehr jetzt das komische serum modus insekten alarm flame flitten wo die acht stück flüssige chemikalie kann was kombinieren brauners kraut 24 schusshammer die werden gleich alle jetzt verbotnen müssen mit dem boss fight von margaret die insekten tussi hier warum schon ist das spannend leute ich denke mir immer so ich vergesse das kommt mir schon so vor die 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 Ich glaube, jetzt gibt's Action. Hier bin ich! Oh, hier! In your face! La da, du Spinner! Wie die aussieht, Junge! Kotzt sie gerade! Wo ist die hin? Da ist sie! Runter! Sie sind sick, Scheiße, jo! No! 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 So! Untertitelung des ZDF, 2020